Die Paul-Martini-Schule in Bonn. Hier werden psychisch und körperlich kranke Kinder und Jugendliche unterrichtet, die ihre Heimatschule für längere Zeit nicht besuchen können. Von der Grundschule bis zur Gymnasialstufe. Nachricht für Kinder. Die Schüler erfahren Kontinuität und Normalität im Schulalltag. Das unterstützt nicht nur ihre schulischen Leistungen, sondern auch ihren Genesungsprozess. Sie werden als Menschen wertgeschätzt.